So Leute, willkommen zu meinem 31. Part zu meinem Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past und der Klexi ist auch mal wieder mit dabei. Hallo! Und wir suchen vergeblich, hoffentlich nicht vergeblich, weiter nach dem großen Schlüssel. Und hier gehe ich jetzt einfach mal nach unten weiter, denn da war ich noch nicht. Die Gegner ignorieren wir mal, ganz einfach. Äh, ja. Solche Räume liebe ich, ja. Autsch, Autsch. Oh man. Und hier ist nirgendwo was drunter, oder? Scheinlich so. Ah, für'n Pfeil. Ich wette, da ist der große Schlüssel drin. Das ist jetzt doof. Ja. Da muss dein Motiv kommen, wenn der große Schlüssel drin ist. Wow, das war knapp. Wenn der große Schlüssel drin ist. Wow. Da kommt einfach mal. Ja, da kam einfach so ein Schlüssel, der da. Autsch, oh! War mir piepst gerade. im anderen Raum sehen die Fackeln so ein bisschen verdächtig aus. Ja, ich glaube, da war ich schon eben. Da warst du gerade Headset-AfK oder so. Ja, ich war eben. Musst du überzeugt. Ganz ehrlich, ich will Herzen haben, weil dieses Gepiepe nervt ganz schön. Ich würde da die Treppe hochgehen. Ja, aber es sieht auch so verdächtig aus, bis du so an der Wand hängst. Ja, du hast recht. Die Fackeln sehen verdächtig aus. Ja, irgendwie schon. Oh. Oh. Ah, danke. Ähm, ja. Wie bringt das gar nichts? Oder auch nicht. Ah, man muss die alle vier anzünden. Ah, praktisch. Das muss aber... Oh, Mann. Da muss ich schnell sein. Ich hasse es schnell sein. Da kannst du doch über den Zaun oder nicht. Also auf der Seite. Was für den Zaun? Ach, egal. Probierst mal so nochmal. Okay. Komische Hexen. Jo, die haben was gegen dich. Ich mach erstmal die hier oben an. Die sind überall. Ah! Jetzt piept es wieder. Oh mein Gott. Ich glaube, das hast du es nicht geschafft. Wow. Du hast es geschafft. Ob, ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Und ob das jemals weitergeht. Das sieht Gott nicht. Ah. Äh. Ja. Oh mein Gott. Ah, ich wette, der Raum war eben ganz klein. Ich war ja vorher hier noch nicht drin. Wie dran, und ich bin der Sahasralla. Zünde vier Fackeln an und der Weg öffnet sich. Ja, gut. Hab ich getan. Das ist ja nicht schon einfach zu tun. Vielleicht ist das der Weg. Ich hab aber Angst. Hahaha. Nice. Und wir haben immer noch einen Schlüssel. Hey, du hast einen Schlüssel. Das ist doch mal gut. Und hier ist ein Teleporter. Äh, ja. Ich weiß, dass du erst die große Truhe holen. Ja, das sollte ich tun. Aber, oh oh. Wow. Autsch. Und weißt du noch, wie du zur großen Truhe hinkommst? Ja, ungefähr. Ja, die ist ja auf der Karte eingezeichnet. Ach ja. Einfach jetzt ganz stumpf nach rechts gehen. Ja, la, la, la. Ich hab noch zwei Herzen. Aber ich hoffe, was schaffe ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz drauf anstelle. Aber ich hab aber noch Feen. Also. Ja, ich hab noch ein Herz. Hä, ist das? Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss irgendwie hier runterkommen. Hm, das ist jetzt doof irgendwie. Ich verschwende viel zu viel Zeit hier. Hier geht's doch runter. Ich wette, jetzt sterb ich sowieso erst einmal. Ich muss einfach so sagen. Boah, du machst dann auch Überlebenskünstler. Naja. Fast. Oh mein Gott. Ja, gut. Feen, FDW. Ich hoffe, es war jetzt wirklich hier diese Tür und ich die da drunter. Autsch. Sie musste mich natürlich auch treffen. Und wir holen uns dann mal noch eine neue Fee. Hoffentlich. Nicht. Nein, ich hab sie eingesammelt. Ach, egal. Der Somaria starb. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Hey, ich hab alle Items. Wuhu. Das muss gefeiert werden. Ach, das war der, der Blöcke macht. Ja. Weiß noch, welcher ich mir in den Raum mit der großen Trugel gekommen bin? Äh, nicht genau, nein. Oh, es ist gut. Nicht. Äh, ja. Ich will einfach mal jetzt lang gehen. Ich mag diese Stelle nicht. Weil ich ja schon so oft war. Ich guck mal auf die Karte. Da oben und dann links. Okay. Irgendwann kommst du rein. Wo komm ich ja nicht rein? Ja gut. Ach ne, hier war das auch, oder? Keine Ahnung. Ja, hier war das. Keine Ahnung. War das nicht so gut? Ach, da, ah, ich bin. Ich bin gar zu ruhig gehangen. Also, ich nogiere das einfach. Äh, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du nicht zur großen Truhe wohnt hast, aber, da ist mir gefallen, dass du ja schon warst. Ja, kann sein, dass ich mich da eben auch versprochen hab, dass ich irgendwie große Truhe sagte. Ne, ne. Ich glaub schon, ich glaub nicht. Also, ich glaub das nicht. War da rechts auch ne Tür? Äh, ich glaub schon. Ja, aber da war ich schon. Da warst du schon. Gehen wir mal hier lang. Hm. Ganz viel Zauber, Mann. Jo. Was mies wäre, wenn hier drunter ein Loch wäre, oder so. Natürlich. Das wäre echt mies. Ich hab so dunkel, Alter, wieder schon mal erwähnt. Ich auch. Vor allem, wenn ganz viele Laser auf mich schießen. Hey, ich hab noch einen Schlüssel, aber... Ich will ja erstmal in diesem Raum hier gucken. Ah. So, ich glaub da auch schon. Na. Okay. Das war wahrscheinlich das Secret. Ja, das war jetzt natürlich... Hier im Raum scheint sehr viel... Ah, natürlich. Äh, ja. Okay, ich glaub in... Durch dieses Labyrinth... Ist das ein Labyrinth? Egal. Bahne ich mich im nächsten Part weiter durch. Bis... Zum nächsten Mal.